Freunde der Spielkultur, wir gucken uns heute Loop Hero an für ein Stündchen. Es geht dabei um, ja, Kart-Game-Rook-Like-Spiel mit Basenbau ein wenig. Es ist Kart-Game. Es ist schwierig zu erklären. Das Konzept habe ich so in keinem anderen Spiel jetzt gesehen, weil die Welt wird eigentlich zerstört und du baust die Welt auf. An sich läuft dein Held automatisch ab. Du rüstest den zwar aus zwischendurch, kannst den Kampf pausieren, kannst dir die Sachen so ein bisschen angucken, aber es geht eigentlich darum, diese Welt wieder aufzubauen mit Karten und in den unterschiedlichen Welten die Boste zu besiegen, um die Welt aus dem Nichts wieder zu erschaffen. Es hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber wenn ihr jetzt spielen mit einem Tutorial ein bisschen, dann werdet ihr verstehen, was ich meine insgesamt. Man kann übrigens auch Pixelschrift machen, aber dass ihr das alles ein bisschen besser lesen könnt, werden wir LRS-freundliche Schrift machen. Ist übrigens von Digital... Ah, ich weiß nicht, die Verrückten einfach. Es ist von diesem verrückten Publisher und deshalb habe ich das bekommen. Und die Demo haben viele Leute sehr viel gespielt. Die Sterne im Himmel verlöschen, einer nach dem anderen. Doch niemand bemerkt es, niemand kann es verhindern. Ich eile an den letzten Ort, an dem es noch Hoffnung gibt. Ich muss es schaffen, bevor... Bevor es zu spät ist. Der Lärm des Todeskampfs wird schnell verklingen. Die Welt, selbst die Erinnerung an sie, wird vernichtet. Und obwohl keinerlei Chance besteht, das alles zurückzubringen, gibt es immer jemanden, der bereit ist, das Unmögliche zu versuchen. An einem Ort ohne Raum. Ohne Zeit. Ohne Erinnerung. Wo bin ich? Außer diesem Weg kann ich nichts sehen. Mein Kopf bringt mich um. Ich erinnere mich nur an... Ein Skelett mit einem Stab im Himmel. Diese Dunkelheit kommt von ihm. Hat der Kerl die ganze Umgebung zerstört? Hier nur rumzustehen, wird mich nicht weiterbringen, schätze ich. Ja, das ist nämlich jetzt die Planungsphase. Wir sehen hier rechts oben ist so gesehen unser... Ja, unser Inventar. Ich gehe jetzt so ein paar Sachen schon mal durch, bevor wir überhaupt anfangen zu spielen. Wir haben rechts oben unser Inventar. Kämpfe gegen Monster bringen uns Bono. Boni. Und auch neue Ausrüstung und Karten. Dazu aber noch mehr später. Und jetzt haben wir so gesehen eine Planungsphase. Du kannst das Spiel durchgehend pausieren. Und es heißt Loop Hero, weil unser Held eigentlich eine Strecke abläuft die ganze Zeit. Die verändert sich je nach Level. Und dann hast du Platz, um zum Beispiel die Welt zu bauen. Dazu aber nachher mehr. Es gibt halt Abenteuermodus und diesen Planungsmodus. Planungs heißt eigentlich Pausemodus. Da ist übrigens hier die Geschwindigkeit, Spieltempo erhöhen. Der Tagesverlauf, weil auch Tage vergehen und Kartenabschluss. Und den musst du halt füllen, also die Welt aufbauen, Monster besiegen, deinen Helden verbessern. In diesem Loop, den da läuft. Und wenn der voll ist, kämpfst du so gesehen gegen Endboss dieser Welt. Hoffentlich finde ich irgendeinen Unterkampf, bevor die Nacht anbricht. Falls es so etwas wie die Nacht ohne einen Himmel überhaupt noch gibt. Ein lebendiger Schleimklumpen. Ziemlich nervig. Die Dinger verdauen einfach alles, was sie kriegen. Hey, ich habe mich an dieser Kreatur erinnert. Vielleicht muss ich nur meine Erinnerungen auffrischen und alles wird wieder normal sein. Jetzt geht es darum, dass Kämpfe automatisch übrigens ablaufen. Wenn ich über die Figuren gehe, sehe ich halt, was sie für einen Bonus haben. Schaden, Angriff, die Sekunde. Und mit dem Aufbau der Welt verbessert sich unser Held auch mit der Zeit wieder. Es ist schwer, mit bloßen Händen zu kämpfen. Aber ich glaube, in den Überresten dieses Dings ist eine noch nicht ganz verdaute Waffe. Ich meine mich zu erinnern, dass in der Nähe ein Wäldchen war. Sind das überhaupt meine Erinnerungen? Und da stammen sie von diesem Schleim. Und das sind jetzt nämlich Landschaftskarten. Das ist das Besondere. Du baust so gesehen in der Planungsphase die Welt wieder auf, die von diesem Skelett zerstört wurde. Und dieser Wald zum Beispiel gibt eine gewisse Chance darauf, einen Schleim hervorzubringen jeden Tag. Wodurch ich halt mehr Monster generiere. Später gibt es noch andere Geschichten, die auch die Anzahl von Monster auf dem Straßenabschnitt reduzieren, die meine HP erhöhen, die mich heilen, wenn ein Tag abläuft und so weiter und so fort. Und dieses Kartendeck kann später auch verändert werden, was man durch die Kämpfe bekommt. Es hört sich bis jetzt irgendwie ein bisschen doof an, das Konzept, aber ich habe mich vorhin dabei erfasst, einfach wie meine Stunde anspielen, halt so privat heute Morgen, rucki zucki vorbei war. Ein Waldrattenwolf. Ich hatte recht, eine kleine psychische Belastung. Ein paar farmfrohe Bilder und ein wenig Adrenalin. Schon vergisst man alles wie einen schlechten Traum. Oder erinnert sich daran wie an einen schlechten. Verdammt, gut, dass mir niemand zuhört. So, neue Waffe gefunden. Ritualschwert. Und ein kleiner Trick, also ein kleiner Kniff hier drin ist auch, du hast eine gewisse Menge an Ausrüstung, die du sammeln kannst. Da werden wir aber später was merken zu. Wenn du Ausrüstung ausrüstest, verschwindet die Ausrüstung davor. Und du musst, sage ich mal, später immer wieder neu ausrüsten, damit das mental leer geht. So, jetzt kann man einen Wald setzen. Der erhöht das Angriffstempo mit des Helden um 1%, weil wir die Welt wiederherstellen und wir kriegen dann Ressourcen, weil es gibt nachher auch einen Basisbau. Was mich auch sehr gewundert hat. Und die Felsen bringen plus 2 TP und plus 2 TP für jedes angrenzendes Felsengebiet. Na schön, da drüben war also ein Berg und hier ist ein Wald. Die Welt ist so gut wie neu. Die Steine und Zweige in meinem Rucksack sind ein untrügliches Zeichen dafür. Schönen guten Tag, Matze. Und schönen guten Tag, Papa. So, ja. Einige der Aktionen bringen Ressourcen. Die können wir uns hier oben angucken. Es gibt auch nachher noch so eine Escape-Möglichkeit. Da es jetzt im Moment noch das Tutorial ist, ist die noch nicht drin. Dann können wir nämlich fliehen und wir verlieren nur einen gewissen Teil unserer Ressourcen, behalten aber eine große Menge davon. Also ich glaube, 60% der Ressourcen nehmen wir wieder zurück ins Lager. Ich glaube, es wird Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Da ist nämlich das Ding, um zum Lager zurückzugehen. Das sind die Ressourcen, die wir behalten. Hier ist es kalt und dunkel. Ein Feuerchen kann beide Probleme lösen. Und dann kriegen wir unsere erste Option, Aufbauen. Da sehen wir die Ausbauten für das Lager später. Ich kann schon mal kurz spoilern. Es wird auch später Überlebende geben, die das Lager auffüllen. Und durch unterschiedliche Hütten kriegen wir auch unterschiedliche Boni und wir können die Hütten auch noch upgraden mit Ressourcen, um uns noch stärker zu machen. Herzlichen Glückwunsch, du hast diese nervige Einführung abgeschlossen. Jetzt kann die erste Explosion starten oder auch nicht, wie du möchtest. Und hier kommen auch noch einige Ereignisse hinzu. Also auch wenn das so toll vorbei ist, ist das Spiel noch nicht komplett erklärt. Dieser Weg, alles ist verkehrt, aber ich erinnere mich. Er wirkt wie ein völlig anderer Ort und der ist wieder leer. Haben meine Taten irgendwie eine Bedeutung? Als hätte ich eine Wahl. Falls ich aufgeben und heulen muss, um die Welt zu retten, bin ich der schlechteste Retter aller Zeiten. Legen wir los. Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein bisschen wie so ein Clickter Hero Game. Weil halt Kämpfe und Marche ablaufen, aber du hast ja trotzdem noch einiges zu tun, weil du, sag ich mal, die Welt aufbauen musst und du musst es natürlich auch so ein bisschen managen, dass du dir nicht selbst in den Weg kommst mit deinen Bauten später und die Ressourcen halt sammelst. Da sehen wir übrigens, dass ich dadurch meine TP steige. Der Held heilt sich auch ein bisschen. Hier ist immer, wenn ja das Lager passiert und es gibt halt, da steht nämlich auch Halt beim Betreten 20%. Und es gibt auch gewisse Ei, also Ausrüstung, die halt magisch ist. Wie zum Beispiel der Ring. Der macht nämlich eine Regeneration von 0,6 HP. Ein Friedhof. Bringt alle drei Tage ein Skelett hervor. Das setzen wir jetzt so, dass wir das auch das nächste Mal auf jeden Fall kriegen. Ich weiß nicht, warum das Manneken aussehen muss wie von dem Amiga 500 damals. Obwohl Amiga 500 hat schon bessere Manneken gemacht. Weil der Rest ist ja gut designt. Vampirschloss. Fügt Kämpfern auf angrenzende Ferne der Vampire hinzu. Das muss ich so ein bisschen an den Rand setzen. Oder das machen wir am besten direkt nachdem wir durch das Lager gelaufen sind. Weil die Vampire lästig sind und die sind halt in jedem Kampf da mit dabei. Und hier sehen wir übrigens auch die Sache, ich kann das Ding jetzt nicht wegschmeißen. Ich müsste es halt auf den Ringplatz machen. Da waren übrigens die 20% HP hinzu. So, eine Rüstung, die die TP erhöht. Da ist ein Ring mit rundherum Schaden. Lassen wir erst mal im Inventar, weil ich will meinen Magiering, der mich so ein bisschen halt, nicht aufgeben. Moin im Wolf. Im Chat. Ein Hain bringt alle zwei Tage einen Rattenwolf hervor. Der Wolf kann sich auf das angrenzende Feld bewegen. Der reicht ja hier lang. Dann machen wir das hier hin. Dann machen wir nämlich die schweren Kämpfe immer nachdem wir unsere AP regeneriert haben. Und das Signalfeuer erhöht mein Bewegungstempo und das Angriffstempo von allen Einheiten in der Nähe. Mehr Monster heißt auch mehr Loot, aber es ist halt genau diese Geschichte im Loot Hero. Du musst es halt so managen, dass du dich selbst nicht zu sehr gefährdest und gleichzeitig irgendwie den Helden auch vorbei beziehungsweise auch eine gewisse Anzahl von Monster regenerieren. Das können wir eben wechseln, um das Inventar ein bisschen zu säubern. Hier oben rechts haben wir übrigens auch das Enemy Level. Das Schleifen, den Schleifenzähler. Umso mehr Loops wir machen, umso schwieriger werden natürlich auch die Gegner mit der Zeit. Gegner auf angrenzenden Felder können Geister werden. Bring zu Beginn jeder Schleife eine Truhe hervor. Das möchte ich eher am Rand haben. Wenn Gegner übrigens naheinander stehen, kommen die in den selben Kampf rein. Das will man eigentlich auch nicht. Das sollte man auch versuchen zu vermeiden. Wiesenkarte. Mit Wiesenkarte das HLTP jeden Tag. Und die gehören halt auch zusammen. Also muss man nicht unbedingt machen. Aber ich versuche die Geländefelder so ein bisschen zu sortieren. Ausweichen und Vampirismus ist der Sheet in diesem Spiel, soweit ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du das Sheet nennen kannst. Das ist eine Stufe 4 Rüstung. Das ist übrigens die Zahl, die unten dran steht. Und hier ist übrigens mein Fluchtfeld und ich kann halt jederzeit zurück, also abhauen, solange ich nicht im Kampf bin. Aber verliere 60% der Ressorts nicht gefunden haben und an sich ist mein Start gerade nicht gut. Proof, die Wiesen blühen, wenn sie in dem Gebäude platziert werden. Jetzt verrate doch nicht alles sofort. Ich muss auch sagen, dass meine Testrunde viel besser lief. So, endlich mal ein Schild gefunden. also was jetzt Bloodgoo übrigens schon im Chat verraten hat, es gibt Synergien zwischen gewisse Felder und die muss man halt auch rausfinden. Verschwinde, Mensch, ein Vampir, wo befindet sich dein Land? Falls deine Bauern Hilfe brauchen, möchte ich ihnen diese gerne anbieten. Kein Land mehr, keine Herde mehr, nur hunderte von Jahren der Leere. Aber meine Fresse ist über dem Vampirgesicht. Und hunderte Jahre fürs Hunger. Rette dich, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich einen klaren Kopf bewahren kann. Von welchen hunderten von Jahren redest du? Dein Verstand ist leicht auszutricksen, mein Hunger jedoch nicht. Er verlangt seinen Anteil. Jeder Schluck, jeder Blutstropfen wird ihm lindern. Ich bin zu schwach, aber du kannst mir helfen und ich werde diese zerfallene Welt in Ordnung bringen. Genau, ich tue das nicht für mich, sondern für alle, im Namen des Guten. Also sei dankbar für meine harte Arbeit und lass mich einfach, lass mich dich einfach aussaugen. Und danke, Timski, für dein Twitch Prime Abo. Das ist kacke, da ich keine Waffe gefunden habe am Anfang. Ich weiß übrigens gar nicht, was passiert, wenn ich sterbe. aber wir werden es gleich erfahren. Ah, ich verliere mehr Ressourcen. Der Tod ist den Gefallenen nicht gnädig, aber bei dir hat er eine kleine Ausnahme gemacht. Ich kann es nicht glauben. Hey Leute, der Junge hat es geschafft zurückzukehren. Überlebende heißt das, dass ich nicht mehr allein bin? Woher seid ihr gekommen? Gibt es noch einen Ort ohne Dunkelheit? Wir wissen nicht, woher wir gekommen sind oder wir können uns nicht erinnern. Die Leute, die du hier siehst, sind nur ein kleiner Teil dessen, was von der Gruppe noch übrig ist. Glaube ich. Du bist dir also nicht sicher? Wir sind uns nicht sicher, aber die Schlussfolgerung drängte sich wegen des herrenlosen Gepäcks und der übrig gebliebenen Tagesrationen auf. Mit jedem Tag neue Zeichen der Anwesenheit von Leuten, die soweit jeder hier weiß nie bei uns waren. Es ist, als hätten wir sie vergessen. Und ja, es ist ein Junge, obwohl ich auch finde, dass es aussieht wie eine Frau. Ihr habt sie vergessen. Genau, es ist, als würden jeden Tag Leute verschwinden und wir würden sofort vergessen, dass sie hier existiert haben. Fast als hätten wir den Ort vergessen, von dem wir kommen und unsere Familien, vielleicht sogar uns selbst. Mein Name ist Jota. An so viel erinnere ich mich noch. Niemand sonst hat ein wirklich besseres, funktionierendes Gedächtnis hier. Deswegen weiß ich nur noch so wenig über mich selbst. Alles gerät in Vergessenheit. Aber Moment, sagst du nicht, ich hätte es geschafft, zurückzukehren? Das heißt, du erinnerst dich daran, dass ich hier war? Ja, deswegen ist es uns so wichtig. Wir sahen dich aufbrechen, aber du warst fort, bevor wir zu dir gelangen konnten. Hör mal, wir können nicht weiter in der Leere umherziehen. Hier gibt es ein Lagerfeuer und ein paar Schlafsäcke, ein echter Luxus in diesem dunklen Zeitalter. Was meinst du? Oh, natürlich wäre sehr dankbar, wenn wir uns zusammentun könnten. Ich möchte alles wiederherstellen. Ich habe angefangen, mich an die Welt zu erinnern, wie sie früher war. Ohne andere Leute hat es jedoch keinen Sinn. Es ist so einsam ohne sie. Sich an die Welt erinnern? Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin zu erschöpft. Aber wir wären froh, wenn du uns helfen könntest und wir würden dir mit Freunden helfen. Fordere uns nur nicht auf, mit dir zu kommen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, zurückzukehren, aber für uns wäre es so gefährlich, die Gruppe zu verlassen. Ich werde euch natürlich nicht um dergleichen bitten. Fürs Erste möchte ich nur einen Platz haben, an den ich zurückkehren kann. Ein Ort, an dem ich die Stimmen anderer Leute hören kann. Unser Angebot, dir zu helfen, war kein Scherz. Hier sind ein paar Dinge, die die Katastrophe überstanden haben und nicht verschwinden, nicht vergessen werden, also nicht vergessen werden können. Nimm sie, du brauchst sie vielleicht. Statistisch können mal sehen, wie lange wir schon spielen und wie lange wir auf Expeditionen waren. Und jetzt haben wir erstmal genug bekommen, dass wir eine Feldküche herstellen können, wodurch wir plus 10% auf die Heilkraft des Lagerfeuers bringen. Und wir schalten eine neue Karte frei in den Blutheim. Kennst du den Unterschied zwischen einem guten Koch und einem schlechten Koch? Das Essen, das der gute Koch zubereitzt, ist schmackhafter. Wie, du hast etwas Raffiniertes erwartet? Manchmal ist die Wahrheit ganz einfach. Sieh her, ich habe einen Kessel, eine Feuerstelle, ein paar Messer, einen Eimer Kartoffeln, drei Zwiebeln und etwas Schinken. Nichts Besonderes, alles ganz einfach. Aber gib mir ein paar Minuten Zeit und jeder in diesem Lager wird an meinem Tisch gerankommen, weil er dem köstlichen Duft eines guten Essen folgt. Und da sehen wir übrigens schon die Upgrade-Möglichkeiten. Vorratsplätze für Werkzeug und wir müssen jetzt schon wieder auf die nächste Expedition. Was sich jetzt aber verändert hat, dass wir schon vorher sehen, in welchem Kapitel wir sind, wie stark die Gegner sind in diesem Kapitel, welche Ausrüstungsplätze wir benutzen können und hier sehen wir nämlich unser Kartendeck. Und da ist mich jetzt dazu gekommen der Bluthain. Ein lebender Wald fällt über Verwundete auf angrenzende Felder her. Ihre Überreste können etwas Grässliches davor bringen. Na, damit kann ich übrigens ein Feld löschen. Also irgendwas, was ich gebaut habe, kann ich wieder in Vergessenheit schicken. Ich finde der Gag einfach, ich kenne konzeptionell kein Spiel, was so aufgebaut ist. Und irgendwie muss ich sagen, dass das Spiel, also das Konzept eigentlich relativ faszinierend ist und auch so ein bisschen süchtig macht. Ach, das Schwert ausrüsten. Abgesehen, dass auf der Hauptseite zur Zeit bei Steam einer streamt mit einem Skelettkopf. Senkt die maximale Anzahl von Monstern auf den angrenzenden Feldern. Dann setzt das am Friedhof. Amiga Games. Machen wir da die Spinnenkolonie hin. Willst runter, Hund? Dankeschön. War mir nämlich alles schon ein bisschen zu schwer wieder. Da ist der Blushain. Kann in der Nähe eines Weides angrenzt, zum Weg platziert werden. Seine Wurzeln verschlingen Gegner, die weniger als 15 TP übrig haben. Da ich noch keinen Weid habe, kann ich das auch nicht setzen. So, die magische Rüstung rüste ich als zweites aus, damit das andere wegkommt. ausweichen 11%. Gewalt eine zufällige Ressource, wenn etwas auf einem angrenzenden Feld platziert wird. kann ich angrenzend zu etwas errichtet werden. Dann hole ich mir direkt die Schätze da raus. Du hast zwei Ringslots, ja, aber der andere Slot geht noch nicht in dem Kapitel. Hm. Ich habe ein seltsames Déjà-vu Erlebnis. Verschwinde, Mensch. Ein Vampir befindet, wo befindet sie, ach mein Gott, wo befindet sie ein Land? Falls seine Bauern Hilfe brauchen, möchte ich diese gerne anbieten. Achso, der sagt dasselbe, weil wir haben es ja beim ersten Mal verkackt, weil ich ja lange keine Waffe gefunden habe. Devolver Games wollte ich sagen. Vampire besaßen oft unser Land, sie sorgten für Frieden und halfen unseren Siedlungen zu gedeihen. Doch so geht das nicht, sie sind nur noch blasse Schatten ihres früheren Selbst. Körperlich wie geistig anscheinend kann das Blut anderer Kreaturen sie nicht ernähren. Das mit dem Hunger war kein Scherz von ihm, selbst diejenigen, die in seiner Nähe stehen, sind von der Kraft erfüllt, anderen das Leben zu entziehen. Hallo Schweier aus! Lass das, ihr dreckigen Spinnen. So, ich krieg nochmal nen Schatz. So, ich würde ja gerne nen Bluteil mal bauen, aber ich brauch dafür ne Waldkarte. Moment, den lösche ich direkt wieder. Kann man irgendwie verstehen, was die Faszination ist am Amiga-Spiel? Oh, da ist die Regeneration drin, den nehm ich mal lieber jetzt eben rein. So, das sind zwei TP mehr. Die Demo kam auf jeden Fall sehr gut weg bei den Leuten. Und auch jetzt, heute war ihr Release hiervon. Bisher sind die Bewertungen halt auch schon ziemlich gut. Man kann's nur mit der Maus spielen. Mir ist auch wieder eingefallen, es ist Devolver Games. Beziehungsweise es ist Devolver, die immer diese verrückte Präsentation machen zu Gamescom-Zeiten. Nicht schon gleich zu E3-Zeiten. Erst die Waffe, dann die Goldene. Ah, Moment. Dann noch die, jetzt die Goldene. Hm, Sarulon, ich hab gerade gekauft. Also ich klemm... Das ist doch die Sache... Es ist halt... Es ist ja doch der Anfang. Ich denke mal, du hast später relativ viele Karten, die miteinander interagieren können. Ah, komm mal hier. Jetzt hat sich der Berg zu einem großen Berg zusammengetan. Und ich hab dadurch mehr Kiesel bekommen und einen Stein bekommen. Den ich halt für den Ausbau des Lagers benutzen kann. Das ist ja das mit der Wiese, dass sie aufblüht, wenn ein Gebäude in der Nähe ist. Ah, ein Goblin-Lager ist erschienen. Das hab ich nicht gesetzt. Es erscheint für je 10 Berg Felsenfelder. Deshalb ist das aufgetaucht. Das Ding ist sogar nochmal besser. Das Ding ist sogar nochmal besser. Zwei Errüstung. Da kommt der Goblin draus. Jetzt weiß ich halt nicht, was auch die kleinen Symbole hier sind. Das sind 24 Teilstücke und ein komplettes Stück, weil ich ja einen Stein habe. Das andere sind halt Rationen. Da muss ich 12 Stück haben für eine Nahrungsration. Hier brauche ich 20 für eine volle Metamorphose. Aus stabilen Zweige mal ich ein Holz. Und aus Metallschrott bilde ich am Ende eine stabile Metallstange. Beim Aufsammeln. Hallo, Big Cool. Das ist definitiv schon besser ausgerüstert als letztes Mal. Was übrigens auch nicht im Text drin steht, ist, dass wenn ich hier durchgehe, nehme ich glaube ich jedes Mal einen Kiesel mit vom Friedhof. Deshalb können die Beschreibungstexte eigentlich ein bisschen umfangreicher sein. Fünfer Schild. Da kommt irgendwas auf mich zugeflogen. Ich bin beeinf will, was auch nicht immer wieder zurückgekehrt. Okay. Ich bin beeinflusst gegangen. Ich bin beeinflusst. Ich bin beeinflusst. Es sollte auch eine Art Shop-Feld geben. Es gibt eine Art später, dass du... Also es hat das Gebäude schon ein bisschen verraten. Der Aufbau, dass du gewisse Gegenstände weiter mitnehmen kannst. Und die nicht verschwinden, nachdem du zurück ins Lager kehrst. So habe ich das jedenfalls verstanden. Also ich denke mal, dass unterschiedliche Gebäude auch gewisse Boni kriegen, dass dir das ein bisschen erleichtert, das nächste Loop-Hero-Abenteuer abzuschließen. Da blühen die auch ab, also auch, wenn da der Bluthain dran ist. Aber die Ecke konnte gerade ein bisschen doof werden. Halt! Wo sind diese Goblins hergekommen? Ich erinnere mich nicht. Mich an euch erinnert zu haben. Wir erinnern selbst. Jetzt her mit alles, was du hast. Seufzt. Ihr habt keine Ahnung, was vor sich geht, oder? Warum helft ihr mir nicht erst einmal, die Ordnung auf dieser Welt wiederherzustellen? Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Goblin müssen rauben. Keine andere Ordnung auf der Welt. Also gut, dagegen kann ich wohl keine gültigen Einwände erheben. Oh, wartet. Einen habe ich noch. Wie wäre es damit? Eigenartig, dass diese Kreaturen von sich aus hier erschienen sind. Vielleicht ist alles nicht so schlimm und die Welt versucht, sich selbst wiederherzustellen. Oder nicht einmal die Apokalypse reicht aus, um manche plagenlos zu werden. Kugel der Expansion. Langsam schon ganz schnell was los auf dem Feld. Dann warst du es auf einmal loss. Oh da? bombs demokratisch. Und zwar auf dem Feld. Komm. 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 Hm, dafür muss ich wahrscheinlich noch irgendwas schaffen, dass ich alles mitnehmen könnte. Also irgendeinen besonderen Gegner töten. Da hat übrigens der Haien gerade das Tier verschlungen. Und bei den Wäldern nehme ich auch übrigens Zweige mit bei jedem Loop. 14 bis 20 Streitkolben. Aber weniger magisch. Ach, das passt schon. Ich hätte erstmal die anderen Waffen auseinandernehmen müssen. Vielleicht musst du auch beim Lager zurück. Ja, wenn ich am Lager stehen bleibe, kann ich zurückgehen, ohne was zu verlieren. Ein weiterer Erfolg. Du bist zurück und wir erinnern uns noch an dich. Unglaublich. Ja, es ist gut, wieder hier zu sein, aber als Erfolg würde ich das kaum bezeichnen. Meine alten Erinnerungen an die Welt sind weg. Der Weg ist wieder leer und alles ist dunkel, wohin ich auch blicke. Interessant. Tatsächlich erinnerst du dich also, dass es Dinge gibt, die du vergessen hast. Wir sollten eine Möglichkeit finden, das auszunutzen. Reden wir über etwas Positiveres. Wir haben es geschafft, hier aufzuräumen. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Was schwebt dir vor? Eine Erweiterung des Lagers. Wir haben alle möglichen Fachleute, von Köchen bis zu einem Alchemisten, der sie braucht. Aber sie brauchen einen Platz zum Arbeiten. Die Materialien hier können wir jedoch nicht nutzen. Kaum wendet man sich von einem Zweig oder Stein ab, den man gefunden hat und schon ist er weg. Ich fürchte, nur du kannst dieses Problem lösen. Die Materialien, die deinen Ausflug überstanden haben, scheinen sich immer noch zum Bauen zu eignen. Aber es sind bloß Steine und Zweige. Wie wollt ihr damit etwas bauen? Seltsam, was? Mir ist es bei dem Feuer aufgefallen, das du gemacht hast. Die Dinge, die du erlangst, infizieren irgendwie alles Vergleichbare mit Stabilität. Nur in kleinen Mengen, aber immerhin. Selbst ein Zweig genügt, um eine Holzwand ohne ständige Aufsicht existieren zu lassen. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Ressourcen. Für irgendeine neue Stufe. Häuser aus Ästen und Kot. Neue Karte habe ich auch nicht. Ich hätte jetzt vielleicht doch noch ein bisschen länger treiben sollen. Die letzte Runde. Das war's für heute. Und ja, es ist nur Maracuja-Saft, bevor die Leute denken, ich trinke schon wieder Alkohol. Wir haben zwei Flaschen Saft geholt gehabt, also zwei Tetra-Paks, würde wie auch immer man es nennen sollte. Dem Spiel fehlt aber ein Superspeed-Modus, obwohl es geht eigentlich schnell genug. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Vampirismus, 9%. Ich denke mal, dass die Texte gleich auch wieder auftauchen werden. Also dieselben wie vorher. Wenn wir nachher jetzt wieder den Vampir haben oder sowas. So, Laternen, um die Anzahl von Gegnern zu senken. Ich denke mal, jedes Vampir-Schloss wird für sich selbst einen neuen Vampir schaffen. Also wenn ich zwei in der Nähe habe und die überhaupt schneiden, werden wahrscheinlich zwei Vampire am Kampf teilnehmen. Ist also nicht so geil, wenn ich das da stehen lasse. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich in der letzten Runde viel schneller bessere Ausrüstung hatte. Und nicht so viele Monster-Cards direkt am Anfang. Irgendwelche Fragen im Chat? Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Wo kommt dieses Spiel her? Wo das Spiel herkommt? Gibt es da noch mehr Spiele? Kann man dieses Spiel essen? Spielst du heute was anderes? Spielst du heute noch was, was nicht auf einer Amiga 500 programmiert wurde? Spiele sind eine gute Sache unserer aktuellen Zeit, um Zeit zu verplempern. Aber da die Menschheit schon immer ihre Zeit ein bisschen verplempern hat, ist das schon in Ordnung. Kannst du das Spiel jetzt empfehlen? Ja. Witzigerweise kann ich das Spiel wirklich empfehlen für die paar Euro. Bis jetzt. Weil ich glaube, das wird mein neues Feierabendspiel. So, die Vampirhütte mal eben zerstören. Das ist das Goblin-Lager erschienen. Wobei die Steine zusammengefügt haben. Ich habe gestern die Demo gespielt und heute dann die Vollversion. Ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Obwohl man so denkt, wenn man das sieht von der Grafik her, dass es halt total mumpelt sein muss. Aber irgendwie funktionieren die Elemente ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob das einen Bonus gibt, wenn ich mehrere Friedhöfe hintereinander schalte. Man braucht nicht mal eine Grafik-Karte, das schafft auch der Grafik-Chip auf dem Board. Ja. Möchte ich zurück? Nö. Guten Abend, Daniel. 20% Chance für alle Gegner mit einer Seele nach ihrem Tod als Geister zurückzukehren. Kann auch sein, wenn das Inventar voll ist, dass Gegenstände rausfallen aus dem Inventar. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich das Inventar noch nie voll hatte. Und ich denke mal, das gehört halt mit als Gameplay-Element, dass du das da aufpasst an der Stelle. Dass du nicht die ganze Zeit das Inventar kap... Also... Dass du das halt lernen musst. Alle Gegner, die weder Objekte noch künstlich sind, erhalten den Effekt Vampirismus. Der Untot hat eine Seele? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der Untot hat keine Seele. Ah, letztes Item unten in der Reihe fällt immer raus und du bekommst Ressourcen davon. Vielen Dank, Evo. Das ist eine gute Info, weil ich wollte... Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, das Spiel verbindet eigentlich ganz gut dieses leicht... Also leicht zu spielen, schwer zu meistern. Das Feld wird jetzt schon wieder so schrecklich voll. Das Feld wird jetzt schon wieder so schrecklich voll. Ich lasse jetzt einfach mal die Intems volllaufen. Ich lasse jetzt mal die Intems volllaufen. Ich lasse jetzt mal die Intems volllaufen. Gleich wird's lustig, dann darf ich vier Gobbus bekämpfen. Danke, Privat-Eugen, für dein Twitch-Prime-Abo, vielen Dank. Ja, du kriegst Ressourcen, also es fällt unten raus und hat hier oben irgendeine Ressource reingefügt. Wahrscheinlich Metallschrott. Bisschen mehr Schaden und das Ausweichen dazu. Weniger Schaden dafür Regenation. 1,8. Schon den ersten Boss besiegt? Nein, das ist die erste Expedition. Deshalb ist der erste Boss noch nicht besiegt. Naja, vielleicht das Ausweichen 8% besser. Und ja, das Metallschrott, was da hochgeht. Gut. Ich hab extra mal die Tasche offen gelassen. So, da ist ein neues Goblinladen entstanden, weil wir mehr Berge haben. Und du siehst aus wie eine Harp hier. Nein, was soll das heißen, nein? Du willst die Welt retten. Du willst um Hilfe bitten. Unsere Antwort lautet nein. Weißt du aber, warum nein? Wir blicken in weite Ferne. Wir blicken tief ins Innere. Seit langem gibt es statt des Himmels nur noch Leere. Doch das verhindert nicht, dass wir sehen. Denn die Rettung der Welt ist einseitig und naiv. Jeder stellt sich die Rettung der Welt anders vor. Deswegen wird sich dir nie jemand anschließen. Na schön, ich verstehe das zwar nicht ganz. Aber erzähl mir von deiner Version. Was bedeutet es für dich, die Welt zu retten? Meine Nachkommen und Verwandten, dass sie stark sind und leben. Es ist Teil des Zyklus von Leben und Tod. Es ist das Leben selbst. Es ist die Welt. Wer dich töten und deine Überreste an meine hungernden Jungen verfüttern. Und das Leben wird weitergehen. Wie viel Leben rettet deine Klinge, indem sie wieder und wieder tötet? Nur eines. Ich möchte nicht, dass du oder deine Kinder verhungern. Bitte hör auf die Stimme der Vernunft. Wenn meine Mission erfolgreich ist, können die Harpien den Himmel und alle Jagdgebiete weit und breit haben. Mit deinen schönen Worten bekomme ich meine Kinder nicht satt. Es wird Zeit, Lebewohl zu sagen. Ich fühle mich mies. Indem ich eine Übel beseitige, werde ich zur Quelle eines anderen. Die Harpien haben keine Heimat außer den höchsten Bergen. Aber dort gibt es keine Nahrung. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie überlebt haben, als ihre Berge von der Realität abgeschnitten wurden. Hmm. 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 звонING … … … Cheers, Eugen! … Ich bin noch gar nicht in der Siedlung. Ich bin jetzt in der Siedlung. Enemy Level 4. Möchte ich noch eine Runde machen? Obwohl, ja. Möchte ich noch eine Runde machen. Ja, das sieht schon doof aus. Das macht der plus drei Verteidigung. Neue Wiese, mehr Felsen, noch eine Schatzkammer. Hallo Quentin. Ich glaube, es wird schon die letzte Runde. Ausweichen 16%. Verteidigung 11. Und dann verlehe ich die Regeneration in den Vampirismus. Das freut mich, Quentin. Sollst du dafür vielleicht noch die Schatzkammer links unten mitnehmen? Also schön, wenn es dir besser geht. Das kann ich nur dazu sagen. Es hat sich in Geist verwandelt. Vierer Schild. Kontervampirismus. Aber die Schatzkammer ist doch nicht zum Windnehmen in dem Sinne. Die Schatzkammer, du kannst halt Sachen andocken und dadurch kriegst du halt Metall oder sonst irgendwas daraus. Konterausweichen. Konterausweichen. Und ja, ich denke mal, Vampirismus ist wirklich eine der besten Fähigkeiten mit Ausweichen zusammen. Rundumschaden plus zwei. Ach, du musst die Schatzkammer mit Wiesen oder Steinen umrunden, damit sie geöffnet wird. Danke. Kann ich da nicht. Also man muss sie generell mit irgendwas umrunden. Aber danke für die Info. Danke. Danke. Ja, das war's. Ich muss sagen, die haben mir jetzt eigentlich am meisten Sorge gemacht, ob ich die Gobbles noch hinkriege. Sorry wegen Backstreet Gaming. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Ach komm, gib mir doch noch irgendwas Geiles. Okay. Okay. Das ist nicht das Problem, der. Okay. 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 Okay.